Die GFU in Bitburg sucht für ihren Wareneingang und Warenausgang einen neuen Kollegen. Mein Name ist Wilfried Göbel, ich bin Brokerist bei der Firma GFU in Bitburg und seit zwölf Jahren im Unternehmen. Ich bin verantwortlich bei uns für die Materialwirtschaft und für die Finanzabteilung. Wir suchen für unseren Wareneingang und Warenausgang einen Lageristen. Idealerweise solltest du eine abgeschlossene Berufsausbildung als Zaggarist oder eine vergleichbare Qualifikation haben. Die Firma GFU befindet sich in Bitburg. Wir haben ca. 60 Mitarbeiter und sind im Sondermaschinenbau tätig. Mein Name ist Remo Barz, bin seit 31 Jahren bei der Firma GFU und arbeite hier im Wareneingang und Warenausgang. Anhand unseres ERP-Systems buche ich den Wareneingang und Warenausgang. Mein Name ist Michael Post, ich bin seit 23 Jahren in der Firma GFU. Ich bin Lagerist und zu meinen Aufgaben gehört unter anderem die Kontrolle der Artikeln anhand von Zeichnungen und Bestellungen auf Güte und Qualität. Mein Name ist Thilo Meyers, ich habe gerade meine Ausbildung als Industriemechaniker abgeschlossen und montiere Baugruppen für die Ersatzteilabteilung. Mein Name ist Andreas Bach, ich arbeite seit 14 Jahren als Maschinenschlosser bei der GFU und ich beschrifte hier mit einem Lasergerät Werkzeuge für den Ersatzteilversand. Wenn dir das Video gefallen hat, klicke auf den Link, beantworte ein paar kurze Fragen und wir werden uns umgehend bei dir melden. Vielen Dank!